Singst du gern? Ich oft oft singe oft aber meine Frau singt nie Singst du manchmal in Frankreich? Wo singst du? Heute Ich singe laut, aber nicht gut. Ich singe laut, aber nicht gut. Ich singe laut, aber nicht gut. Ich singe Nicht sehr oft Die Künstlerin fotografiert gern in München. Ich Fotografiere Nicht Oft Mein Vater kocht manchmal, aber nicht heute Morgen. Mein Vater kocht manchmal, aber nicht heute Morgen. Ich fotografiere nicht oft. Fotografiere Wo singst du heute? Wo singst du heute? Mein Vater ist Arzt und er singt gern. Maria ist Studentin und sie spielt gern Basketball. Der Junge singt, aber nicht gut. Ich fotografiere gern in Wien. Wien Wenn du heute Abend Untertitelung des ZDF, 2020 Wein Bier Ja Brot Kaffee Wasser Milch Tee Nein Kaffee Nein Wasser Ja Bier Nein Wein Wein oder Wasser Hallo Tee und Milch Bitte Hallo Kaffee Bitte Hallo Kaffee Bitte Bitte Hallo Kaffee Wein und Wasser Bitte Ja Ja oder Nein Ja oder Nein Bier oder Wasser Nein Nein D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020 Bad Der Mann Mann Anne Frau Ö Ö Hallo Klug Frau Bitte Bier O O Ich bin eine Maus Äh 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 Die Frau Ist Sehr Groß Der Mann ist sehr groß Der Mann Ist Sehr Groß Am Eine Maus Eine Maus Eine Maus Ein Bär Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du trinkst, weil Hast Hast Du Hast Durst Ich esse es, obwohl ich es nicht mag 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 Nicht mag Ich esse es, obwohl ich es nicht mag Ich esse es, obwohl ich es nicht mag Untertitelung des ZDF, 2020